Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich bin's Kathi und das ist ein neues Challenge-Video von Eva und mir. Unser Thema ist diese Woche ein Haul unter 5 Euro in blau. Und ich bin ein bisschen durch den Laden gelaufen und da ist mir diese super coole Mini-Schere in Stiftform in die Hände gefallen. Kostete 4,95 Euro, also eigentlich recht teuer für eine Schere, aber ich finde das super praktisch und die war zufällig blau. Also habe ich die dann einfach mitgenommen als meinen Beitrag zu unserer Challenge. Ich finde das ist einfach eine super coole Idee und ich will die natürlich jetzt mit euch auch ausprobieren. Und ich werde euch dann auch noch eine Methode zeigen, wie man einen Stift schön verschenken kann. Ich habe das hier oben mal aufgeschnitten, natürlich noch mit meiner Schere. Mit dieser Schere werde ich aber gleich auch schneiden. Und ich wollte einmal schauen, was hier hinten noch so drauf steht. Mini-Schere in Stiftform mit Schutzkappe und Befestigungsklip. Kann man sich also wie so einen Stift irgendwo dranklemmen. Klinge aus Edelstahl, schneidet Papier mit einer Gammatur von bis zu 450 Gramm pro Quadratmeter. Länge circa 11,5 Zentimeter, Schnittlänge 3,5 Zentimeter. Okay, das lässt sich hier öffnen und dann hole ich einfach mal den Stift raus. Ah, der fühlt sich schon mal sehr gut und griffig an. Also ein bisschen schwerer als ein Stift, würde ich sagen. Und den kann man hier öffnen. Und da ist schon die Schere. Ist noch kleiner als ich dachte. Wirklich total niedlich. Es sind natürlich jetzt nicht hier so diese Eingriffe da, wie bei einer normalen Schere. Man muss also sehr filigran hier arbeiten. Ich habe da auch schon mal einen blauen Zettel vorbereitet. Ja, lässt sich aber ganz gut schneiden. Also ist jetzt auch kein Problem, dass man hier jetzt nicht diese Griffe zum Reingreifen hat. Ich bin jetzt noch nicht abgerutscht. Also für unterwegs oder für die Schule finde ich die wirklich ideal. Nimmt eben sehr wenig Platz weg und schneidet trotzdem gut. Und man kann die so wieder verstauen, ohne dass man sich irgendwie auch an der Schere verletzen kann. Und schön sieht die auch noch aus. Also ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis hier. Mit meinem Haul unter 5 Euro. Ich hätte natürlich für 5 Euro auch einige andere Sachen kaufen können. Aber so eine Schere hatte ich noch nicht. Und die finde ich auch wirklich praktisch für unterwegs. Wenn ich mal irgendwas Schönes unterwegs sehe, dann kann ich das ausschneiden. Aus einer Zeitschrift irgendwo. Oder sonst irgendwas. Also die ist super gut zum Mitnehmen. Um den Stift zu verschenken, werde ich den in eine Karte integrieren. Denn dafür habe ich eine Pappe. Die ist ungefähr 30 x 15 cm lang. Und ich habe hier noch Sticker. Ich knicke die Karte als erstes einmal so rüber. Aber nicht komplett die Seite auf die Seite. Sondern ich lasse so ein Stückchen überstehen. Und das knicke ich jetzt auch zur Mitte. Hier an der Zonenseite, da werde ich jetzt Schnitte machen. Das kann ich ja mal mit meiner neuen Schere hier. Zwei Schnitte nebeneinander ungefähr 1 cm einschneiden. Und das gleiche hier oben noch einmal. Ich klappe die Karte auf und hole das hier so nach innen. An beiden Seiten. Und knicke das dann noch einmal. Und hier kann ich jetzt gut den Stift drunter stecken. Also in diesem Fall die Schere. Und hier so die Karte schließen. Also hier noch was reinschreiben. Schließen. Und mit einem Sticker dann... Ich finde dieser passt sehr gut dazu. Mit einem Sticker verschließen. Wenn man möchte, kann man das Ganze dann vielleicht noch in durchsichtigem Papier einpacken. Vielleicht noch eine schöne Schleife dran. Vielleicht mit ein bisschen Washi-Tape verzieren. Wie ihr möchtet. Ja, ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe euch hat mein Haul gefallen. War natürlich nur eine Sache. Also eine Sache für 4,95 Euro. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde das war etwas ganz besonders Tolles. Vielleicht seht ihr das genauso und möchtet das unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich wirklich über euren Daumen nach oben freuen. Und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche dran ist. So, wir sind wieder dran mit ziehen heute. Okay, ich schau mal. Also ich bin dran. Ich unterstütze dich. Genau. Und ich habe schon einen Begriff. Schleim und Glibber. Ihr wisst ja, wir haben ja schon einiges damit gemacht. Und ja, da kann man eigentlich immer wieder irgendwas... Genau, irgendwas fällt einem jetzt so immer ein. Um Leute zu ärgern. Oder irgendwas neuen Antistressfall. Da wird uns sicher irgendwas einfallen. Da fällt uns bestimmt was ein. Sehr schön, sehr lustig. Vielleicht auch eine glibberige Seife selber machen oder... Ja, Schleim, Duschschleim oder Duschglibber. Noch nicht alles verraten. Ich habe viele Ideen. Ja, ich auch. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. Also nicht beim nächsten Mal, sondern in der nächsten Woche. Und bis dahin werdet ihr natürlich noch ein paar andere Videos von uns sehen. Wenn ihr unsere Videos sehen möchtet, abonniert doch einfach unseren Kanal. Dann seid ihr immer mit dabei. Und sonst schaut auch gerne bei Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat bei uns vorbei. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss.